Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play 2.4 Ich mache einfach gleich weiter, weil das hier einfach nur episch spannend ist. Wirklich, wir sind immer noch in diesem komischen Dungeon. So und hier und hier und hier und hier und hier. Das ist jetzt hier nur noch eine Kiste. Das ist noch eine Kiste. Ein Schwert. Ich brauche auf jeden Fall noch ein Schwert. Ich brauche eigentlich kein... Das brauche ich denn nicht. Das brauche ich nicht. Und das brauche ich noch nicht. Dickies brauche ich auch nicht. Ich habe ja Holz. Okay. Hat das TNT irgendwas zu bedeuten? Ich habe irgendwie Angst, dass wir nachher gegen einen Endgänger treffen, der nur mit TNT zu besiegen ist. Das macht mir auch ein bisschen Angst. Ah, wir können gleich mal ein paar Fackeln mitnehmen, oder? Wenn wir schon hier sind. Schupfe. Kostenlose Fackeln. Hatten wir auch nicht alle Tage, oder? Okay. Zack. Zack, 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 zack. Okay. Das reicht. Die Kohle? Brauche ich nicht. Ich habe jetzt mehrere Schwertam. Bam! Alter, nee! Boah, der erschreckt ihr mich. ich bin ein er zum glück nicht durch die das gibt es ja nicht bringt einen da nicht rum bitte geht hier weg man so dass ich gerade nicht viel rede oder eher wenig kommentiert aber ich bin so angespannt das glaubt ihr mir gar nicht ich bin echt episch angespannt wirklich so die mauer hin sicherheitshalber falls irgendwie zu kommen ich will ja nicht sterben man ist halt richtig stark da sind auch noch so ein dinger ich muss einfach mal ein bisschen relaxen ist es geht nicht tut mir leid aber ich muss ich bin zuerst mal in so einem dungeon deswegen will ich mich einfach mal umkommen fuck ist ja kein cheating oder so ist ja minecraft ist ja erlaubt leute okay jetzt kann ich auch mal ein bisschen kommentieren ja ich hab so angst gehabt das ist dann nochmals ein spawner kam dann noch mal mehr 10 der explosion und noch mehr morde und ich kann es der tanzen denn man das ist noch weg kreis wird cookies Robich kommt weg cookies kommen her so feile feile BÄM alter leute hier ist extrem ist das doch hier hier geht's mitten ab wie in einem Krieg vergleichbar mit dem Invasion Ball oder so aber ziemlich geil bin mir jetzt leid dass ich hier ein bisschen rumlaufe aber ich will einfach hier mal ein bisschen ausleuchten und auch ein bisschen mich erkundigen ich bin hier auch zum ersten mal und ja so mach ich wieder Dings an aber ich weiß ich 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 die Dinger die ähm die Spidern spawnen ja hier nicht da ist ja irgendwo ein offenes Loch und da fallen die dann runter deswegen sind die hier ja das ist halt auch ein bisschen blöd das will ich mich jetzt auch ein bisschen umgucken wo die sind mich fixen kann und dann weiter machen kann richtig hier ist gar nix oder nö auch wieder so einen komischen Spawn Punkt okay jetzt haben wir bei der Lava zack 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 ist hier irgendwo was hier waren wir genau okay ich will mich einfach mal ein bisschen umgucken und dann machen wir gleich wieder Peaceful an äh normal mancher nicht Peaceful das ist ne Workbench die ich nicht mehr brauch und da ist noch ne Kiste ich hoffe ihr nehmt mir das jetzt nicht zu übel tut mir auch leid aber ich will mich einfach hier ein bisschen umgucken zack 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 mhm ja wir haben halt ziemlich gute Sachen deswegen bräuchte den Apfel eigentlich jetzt nicht so geht's hier noch lang oder hier ne da waren wir schon und hier du 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 natürlich mal ein paar Fackeln hier kommen die auch runter das zum Beispiel meine ich das nervt mich halt extremst und ist halt auch nicht schön dass wir dann oder dadurch werden wir auf jeden Fall sterben das kann ich euch sagen und da ist man schon durchgebrochen das kann ich euch garantieren dass wir dadurch dann sterben werden weil wenn dann eine Kuh kommt oder noch eine Spider dann sind wir echt tot tut mir leid Leute aber boah ich bin so angespannt der Mod ist extremst gefährlich nicht für schwangere Leute oder Kinder mit einer irgendeiner Krankheit zu empfehlen wääh das ist so fucking gruselig wie kommt man auf so eine Idee sowas zu bauen in nem Mod okay geht wieder so moment wo geht es jetzt hier lang noch hier ist nix hier ist auch nix es ist auch nix auch nix nix nein nein fach ist das anspannend das ist extrems Hardcore okay jetzt gehen wir hier lang und hier und hier und hier ich verschwende von meinen Fackeln ich lasse es mal um das keine Ruhe und auch nichts das ist nur gut und auch Fackeln das die Fackeln brauchen wir da oder ist das anspannend aber einfach der Fernseher mache ich jetzt wieder auf normal obwohl das mal auf einfach bitte fällt die Kommentare nicht voll aber ich muss mich einfach immer kurz in die Runde relaxen das geht einfach nicht da kommt jetzt schon wieder zu das sind nur die scheiß Cave Spider so ein Bobby brecht hier irgendwo durch ich weiß noch nicht da leuchtet irgendwas hörte ich sie runterfliegen hörte ich sie runterfliegen die fliegen vom zweiten Stock runter so auf dem ersten genau das Jungwurst ne auch nicht oh mein Gott Leute ist das Hardcore ich muss gleich mal bei Google schöne Bilder angucken da meine Items hat doch nur das Gitter kaputt gemacht ach deswegen hieß es explodiert lol okay sehr genial sehr sehr cool gebaut auf jeden Fall ich mache jetzt nochmal was oh wow zack aber die haben ein richtig geiles Design finde ich Streitachs hier gut da kommt keiner mehr waren wir hier schon ich glaube hier waren wir schon hm ja hier waren wir schon okay ich mache jetzt meinen Items weg gerade eben von der Kiste das Kacke ähm ja einen Stock tiefer geht es ja nicht mehr habe ich zumindest erst mal nicht gesehen ach so ne ja okay hat doch nichts damit zu tun ja ich dachte irgendwie die die schwarzen Linien irgendwie so den Dungeon darstellen sollen ich hätte das sein können aber ist nicht so Alter das Dings nur hier ist auch nichts hier sind zwei hier ist ein Spider ja sie hat mich nicht vergiftet bäm welches Level wir schon wieder sehen hier 23 obwohl wir doch erst auf kurzem nur noch 5 waren weil wir nochmal gestorben sind bäm 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 uuuhh ok hier waren wir auch schon ähm ja ich glaube hier gibt es hier unten gibt es gar nichts mehr ich suche jetzt einfach mal die Mitte von der Mitte war hier dann war das hier und hier hoffe ich mal das muss man erstmal wieder hier rausfinden ja das sieht gut aus als ob das hier wäre dann hier und hier so ja das ist glaube ich der richtige Weg nein doch nicht mhm ne doch nicht obwohl kann schon sein aber ich vermute gerade irgendwie nicht doch 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 das ist der richtige Weg doch das ist er weil ja das ist er hier waren wir genau ok dann gehen wir hier mal noch lang sind wir runtergekommen und das ist ein Creeper tschüss haha ok fucken ich glaube fucken sind war ich schon mal da war ich auch schon mal das weiß ich noch dann habe ich ja gerade eben das eine Dinger mal gesehen hier ist ein neuer Gang ich mache hier mal einen Waypoint mit Mitte so ups einfach mal hier hinsetzen ist ja egal wo ich das mache eigentlich ähm ja komm her man komm her komm 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 noch du also wie viele sind das Leute ich bin so angespannt ich kann immer noch so richtig kommentieren alter Mensch 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 das ist echt das waren echt zwei verrückte folgen muss ich echt mal sagen noch eins ist irgendwo ein Spawner davon oder so hier mal durch hier mal durch ha Mensch 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 ich kann das zu Mensch okay das was dann oh mein Gott 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 Bunker Bunker Ich hab mir nix Bunker Ja Das war's auch von dieser Folge Ich vertrafft einfach nicht mehr Ciao Leute